Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Star Trek New Horizon. Ja wir integrieren jetzt unseren Vasal hier hinten. Ja wir haben immer noch ein Energiedefizit. Wir könnten den Benziten jetzt wieder den Krieg erklären aber das sehe ich noch nicht. Wir müssen erstmal weiter ausbauen. Wir müssen immer noch sehen dass wir die Andorianer dazu kriegen aus der Allianz auszutreten. Wir haben es ja schon geschafft dass die Vulkane ausgetreten sind und sich uns angeschlossen haben. Ich hoffe dass die Andorianer das früher oder später jetzt auch tun werden. Damit wir da weiterkommen. Dann fehlt nämlich nur noch eine zufällige Fraktion um die Vereinte Föderation der Planeten zu gründen. Das ist denke ich machbar. Er ist immer noch Föderationsmitglied auch. Ich glaube wenn der austreten sollte können wir den direkt Vasalisieren weil der so schwach ist. So die Integration hier dauert nur noch sieben Monate. Also Protektorate müssen natürlich erstmal aufsteigen zu regulären Empires. Währenddessen werde ich mich weiter auf meine Infrastruktur besinnen. Besinnen. Gucken wo hier noch Ausbauten gehen. Baneshärung. 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 So, hier sind noch Mineralien abzubauen, da kümmern wir uns jetzt auch erstmal um unseren Hoheitsbereiche, dass wir jetzt hier mal alles an Stationen bauen was geht. So, der Rest ist Sektorsache. Vielleicht unterstützen wir den dabei gleich auch noch ein bisschen. Na komm, machen wir. Ausbauen was geht. Erstmal gucken wo es viele Mineralien zu holen gibt. Gut, da und hier 360 kostet das, die haben wir jetzt gerade nicht auf der Bank. Aber hier, die Bergbaustation nehmen wir alle mit. Kann nicht bei Planeten dieses Typs gebaut werden, ok. Jetzt hat er Mineralien gefehlt. So, dann ist das System nämlich auch komplett ausgebaut. Haben wir den Sektor auch mal ein bisschen unterstützt. Ja, hier wird immer noch fleißig geforscht. Wir könnten echt mal bessere Waffensysteme gebrauchen. Wir kämpfen immer noch mit Phasenkanonen. Was fehlt hier Nahrung? Und fehlt hier Nahrung, weil der abgewandert ist. Zack, so. Da füllen wir natürlich wieder Energie, ne? Na klar. Die Fringi und die Kathassianer haben sich lieb. So. Ah, Integration abgeschlossen. Sehr gut. Kurz Pause. Ähm. Ach Quatsch. Den Button. Abtreten. Tja. Gut, wir sind ja bei 9 von 9. Alles gut. Lassen wir das so. Gucken, was wir dazu gekriegt haben hier. Migrationsabkommen. Ja, das können wir eingehen. Nahrung ist noch da. Energie gibt es hier nicht viel zu holen. Den hier können wir immer noch nicht ausbauen. Fehlt aber noch Bevölkerung. Hier können wir schon mal Kraftwerke ausbauen. Das ist doch schon mal was wert. Kann hier überhaupt mal eins gebaut werden. Kann die Forschung hier frei gemacht werden. So. Der hier rüber. Kraftwerk bauen. Nahrung haben wir. Nahrung haben wir. 3 plus. Dann könnt ihr hier rüber auch Kraftwerk. So. Dann brauchen wir wieder Nahrung. Dann kriegt der hier eine Grenzklinik. In 8 Tagen. Und zack. So. Weiter geht's. Jetzt hat der Sektor hier erstmal wieder zu tun hier. Alpha Centauri Prime Alpha 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 auf Energie umstellen hier. Energie brauchen wir. Na ich denke mehr geht erstmal nicht. Forschung abgeschlossen. Privatakademie Produziert 5. Sozialforschung. Wettrüsten. Schiffbaugeschwindigkeit 25% Baudauerarmee. Oh. Das ist natürlich im Krieg eine tolle Sache. Das ist natürlich echt toll. Planetare Hauptstadt. Wissenschaftszentrum. Okay. Ich denke ich werde erstmal die Planetare Hauptstadt nehmen. Wichtig. Weniger Ethikabweichung auch. Kriegen wir das in unserem Reich vielleicht ein bisschen besser in den Griff. Die Kadassianer und die Tullianer schon wieder. Die hauen sich auch die ganze Zeit nur auf den Korb. Die haben nichts besseres zu tun. So. Aber hier kriege ich energietechnisch schon wieder eine Forschung abgeschlossen. Perigum Kraftwerk 2. Sehr schön. Ein leichter andorianischer Phaser 2. Das wäre zumindest mal ein bisschen bessere Bewaffnung. Phaser-Geschützturm 2. Nein, da haben wir gar nichts mehr zu tun. Schadensbonus-Azeton-Assimulator brauchen wir auch nicht. Da werde ich tatsächlich den Phaser 2 nehmen. Damit wir überhaupt mal eine bessere Waffe haben. Wir brauchen einfach bessere Bewaffnung. Das nützt nichts. Wir haben immer noch ein Energiedefizit vom Feinsten. So. Hier ist noch wieder energiefrei. Haben wir hier Nahrung über? Nein, haben wir nicht. Wir haben sogar zu wenig. Das heißt, der hier wird Nahrung produzieren müssen. Und der neue darf Energie produzieren. So. Den können wir mal mit dem tauschen. Ja, Energie ist momentan unser großes Sorgenkind. Immer noch oder schon wieder oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und die freie Migration macht mir hier einfach zu schaffen. Die sind auch alle angefressen hier. 10 Uhr Erleuchtung gestattet. Kann ich das wieder rückgängig machen zwischen? Ich glaube noch nicht. 56, ersten vier Jahren. Ja, es mangelt halt überall durchgängig an Personal. Das ist ein echtes Problem. So. Wieso kriegt ihr denn so viele Abzüge? Bombardierung? Okay. Ich bombardiere doch gar nichts. Nahrung haben wir genug Plus. Dann können wir den so tauschen. Wann nun 5 Nahrung ab, haben wir immer noch Plus. So, sind wir auch nochmal sicher. Da ist auch nochmal so ein Kraftwerk zum Upgraden. Neun Nahrung Plus. Das muss ja nicht sein. Da kannst du lieber Strom machen. System ist nicht mit Sektor verbunden. Welches? What the... Was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Warum kann der hier einfach einen Außenposten bauen? Im umstrittenen Territorium. Was soll das? Ich kann das nicht. Damit hat er mir jetzt natürlich richtig viele Systeme weggenommen. Das ist doch scheiße. So, da hat er mir den Außenposten gleich mit weggenommen, oder was? Das war doch mein Außenposten hier. Oder hat er den gebaut? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Hat er zwei Außenposten hier gebaut? Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch Mist. Das ist doch richtiger Mist. Da fällt mir eigentlich auch nur eine Antwort drauf ein. Das muss weg. Das müssen wir wegballern. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da werden auch ein paar Planeten gefordert. Für diese Frechheit. Der wird gefordert. Und da oben Omikron auch. Omikron-Täter. So. Das geht ja gar nicht. Und Antares. So. Die drei Systeme will ich dafür haben. Los geht's. Hoffentlich kommen wir damit durch. Jetzt erstmal direkt die Außenposten angreifen. Weil das ist ja nun wirklich. Das ist ja die Höhe. So. Muss man natürlich auch gleich die Sektorsteuern wieder hochdrehen. Und trotzdem zu wenig Energie für die Schilde. Verdernt. Müssen wir den Sektor auch mal eben umstellen. Finanzieller Fokus. Wir hoffen, dass wir das dadurch jetzt in den Griff kriegen. Nach einer kurzen Zeit. Aber jetzt müssen wir erstmal die Außenposten zerschießen. So geht das gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Dass der da einfach Außenposten bauen kann. Das ist wirklich frech. Also. Unfassbar. Dann gucken wir mal, ob der da oben einen Außenposten hat. Und zwar schießen das gleich alles mit. Flottenstärke bin ich jetzt wahrscheinlich heillos unterlegen. Hä? Habe ich dir nicht gerade den Krieg erklärt? Was ist das für ein Schiff jetzt? Der muss abstimmen. Geht doch. Dein Ernst jetzt? Also es war ein Forschungsschiff wahrscheinlich. Ich hoffe, die fliegen in die falsche Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Wieso hat meine Flotte denn auf einmal nur noch 7k Kampfkräfte? Aber die Energie ausgefallen ist. Da gibt es so viele Abzüge drauf. Ja, Waffenschaden runter, Trefferpunkte, Schilde runter, Reichweite runter, oh, oh, oh. Das Böse. Das ist natürlich eine Katastrophe jetzt. Kann ich mir ein bisschen Energie einkaufen, um den Krieg zu finanzieren? Handelsabkommen. Trellium D. Hast du das anscheinend selber, interessiert dich nicht? Ein Forschungsabkommen haben wir schon. Das ist eine Katastrophe jetzt ohne Energie. Gucken, ob ich mit denen handeln kann, aber ich wage es zu bezweifeln. Nein, Energie hat er auch nicht über. Gucken, was er zu bieten hat. Ich kann ihm aber nichts groß anbieten. Trillium D. Gucken, ob er dafür sofortigen Transfer von Energie macht. So. Die brauchen wir. Gucken, wen wir das noch verkaufen können. Ihm hier vielleicht. Der hat kein Interesse, hat der schon. Ähm, na, das haben wir eh schon. Hier hin ihm vielleicht. Hier auch kein Interesse dran. Daran hat er Interesse. Okay, was man nicht alles tut, um den Krieg zu gewinnen. Das tut natürlich schon weh. Zumal er mir technologisch schon voraus ist. Aber so viele Technologien kriegt er von mir dafür nicht. So. Er hat akzeptiert. Sehen wir zumindest erst mal aus dem Gröbsten raus. Da habe ich ihm volle Kampfkraft erst mal für eine Weile wieder. Er hat auch akzeptiert. Sehr schön. Wollen wir hoffen, dass das eine Weile hält jetzt. Da kommt eine 10k-Flotte des Bojanos. Stopp. Gucken, was er vorhat. Er will da angreifen. Okay. Beim Raumhafen kämpfen quasi. Und noch mal gucken. Leider habe ich den nicht so gut ausgebaut, den Raumhafen. So, komm. Gib Gas. Sehr schön. Na komm, gib alles. Die Flotte greift an. Wenn ich den an der Starbase stellen kann, wäre natürlich schon mal gut. Die Leben hat die eine Menge. Nur wenig Kampfkraft. Keine Waffen eingebaut. So, aber die geben wir jetzt schnell in Auftrag. Vielleicht kommen die ja im Gefecht noch dazu. Schutzschilde auch. Und die Orbitale werft. So, vielleicht noch schnell abbrechen. Wenn, dann bauen wir die Schutzschilde noch. Gucken. Vielleicht können die genug Feuer von der Raumstation abziehen. Ja, sieht so aus, als wenn der Raumhafen außen vor ist. Erstmal. Meine Fresse. Na, vielleicht ein Haufen Zerstörer. Aber es läuft ganz gut für mich. Ich denke, ich kann den Raumhafen voll ausrüsten. Mit Waffen. Oh, wäre schade, wenn ich den auch noch verliere. Ich hoffe, der überlebt. Die Flotte hat sich zurückgezogen. Sehr gut. Das lief sehr gut für mich. Das war teuer für ihn. Jetzt kümmern wir uns um die Außenposten. Die müssen weg. Und die Flotte auch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Als nächstes wird ein neuer Schlachtkreuzer in Auftrag gegeben. Anschließend neue Kreuzer. Ja, ein Monat dauert es noch. Also der Außenposten ist jetzt dran. Und anschließend der hier. Müssen wir mal gucken, wo wir hier oben. Ist bestimmt auch noch irgendwo einer dazwischen. Und wir hoffen, dass er schnell aufholt mit der Technologie. Damit wir ihn integrieren können. Damit das nicht nochmal passiert. Oder beide, besser gesagt. Und das ist ja auch noch nicht. Oh, Ferengi-Flotte. Nochmal 12k. Alter Schwede. Schlachtkreuzer. Und Benzitenflotten. Oha. Wo ist der Vulkan ja denn? Ach, der sitzt da unten gemütlich und guckt sich den Krieg vom Weiten an, oder was? Oder baut der seine Flotte jetzt erst noch aus? Wäre beides dämlich. Also, für mich. Na, wie es aussieht, will er das System hier angreifen. Ne, da komme ich auch nie rechtzeitig bei der Kampfkraft. Dann lassen wir ihn mal. So, arbeitslos. Kriegt er auf jeden Fall ein Kraftwerk. Nahrung ist gut. Also, Kraftwerk. Zack. So, gebe ihn. So, und jetzt den Außenposten wegmachen. Die Bergbaustation dazu interessiert mich nicht wirklich. Regeneration ist im vollen Gange. Sehr schön. Schilde laden auf. Alles supi. Die bullianischen Flotten wurden wieder entdeckt. 5,8 Föderationsflotte. 6. Ach, der. Alter Schwede. Und der kommt zu mir. Der will spielen. Dann gehen wir da gleich mal hin. Einen Schlachtkreuzer nur noch. Die kommen beide hierher. Oha. Zusammen ist das natürlich eine harte Nuss. Gucken, dass wir möglichst die noch lange alleine erwischen. Na, da ist sie schon reingeworpt. Die zweite Flotte. Da haben wir schon mal ein Schiff von ihnen erwischt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir keins von den großen Schiffen verlieren. Ein paar Zerstörer kann nicht mit leben. Zumal rausworten. Das war wieder ein Zerstörer. Na, komm schon. Den kann ich auch mit rausworten. Nicht mehr retten. Das war wieder ein Zerstörer. Lange könnte ich das hier nicht mehr durchhalten. Ich darf nicht zu viele Schiffe verlieren. Ich werde gleich rausworten müssen. Gucken, wie die Ergebnisse sind. Ja, ein Kreuzer, ein Zerstörer, ein Schlachtkreuzer. Da hat er mehr verloren. Ich denke, da habe ich das bessere Geschäft gemacht. Er nervt mich jetzt hier natürlich überall Hardcore. So, direkt den nächsten Schlachtkreuzern Auftrag geben. Wir brauchen halt die Feuerpower gerade. Der ist mir direkt nachgeworpt. Das ist aber unfreundlich. Oh Mann. Okay. Okay. Oh Mann. Soviel Schaden wie möglich wieder machen bevor wir abhauen, keine Schiffe verlieren und weg. So wie sieht es aus, keine Verluste, er hat vier Schiffe verloren, sehr gut. Aber auf Dauer funktioniert das Spiel halt so auch nicht, weil die Flotte immer weiter runter geht. Aber an der Stelle werde ich erstmal posieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar oder Abo da lassen und bis morgen.